Sie markieren eine Strecke von 20 bis 40 Metern Länge. Legen Sie nun den Hüftgurt des Gewichtsschlittens an und bringen Sie das Seil inklusive Kette auf Spannung. Starten Sie nun mit geradem Rücken in leichter Vorlage den Zugwiderstandslauf. Bei gleichbleibenden geraden Rücken versuchen Sie so schnell wie möglich zu beschleunigen. Sollte die Strecke länger als 30 Meter sein versuchen Sie bitte zudem Ihre erreichte Maximalgeschwindigkeit mit Schlitten bis zum Ziel aufrecht zu erhalten. Bitte erholen Sie sich danach bis zum darauf folgenden Lauf vollständig. Als Faustformel gilt hier eine Pausendauer von ca. einer Minute pro 10 Meter gesprintete Strecke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017